Das Tram-Bern-Ostermundigen gibt es schon lange zu diskutieren und heute haben wir Barbara Ecker-Jenser, die sich klar dafür ausspricht. Wieso, findet ihr, sollten wir im März dann Ja stimmen? Wir haben auf dieser Linie zwischen Bern und Ostermundigen schon seit einiger Zeit Kapazitätsprobleme. Und wenn wir die Leute noch fortbringen wollen, die zukünftig dazukommen, dann brauchen wir ein Tram, ein neues Verkehrsmittel. Die Agglomeration Bern ist der Wirtschaftsmotor des ganzen Kantons und hier braucht es eine gute Verkehrserschliessung. Die Gegner, Ihre Hauptargumente sind natürlich, dass es unter anderem zu teuer wäre, man könne es ja mit Bussen lösen. Was sagt ihr dazu? Der Grossrat des Kantons Bern hat diesem Kredit gross mehrheitlich zugestimmt und der Grossrat hat das ganz genau angeschaut, das Projekt hat wirklich jedes Detail geprüft. Und wenn das ein Luxusprojekt wäre, hätte dieser Grossrat nicht zugestimmt. Also finde ich, ist es definitiv kein Luxusprojekt? Es ist absolut kein Luxusprojekt. Wenn man es vergleicht mit anderen Tram in anderen Kantonen, dann muss man eher sagen, es ist eher ein günstiges Projekt. Ein anderer Kritikpunkt sind natürlich die 200 Bäume, die halt auch so ein bisschen emotional berühren. Müssen die Bäume tatsächlich gefällt werden? Und an was liegt das? Also es müssen nicht alle gefällt werden. Und es ist so, dass wenn man die Tramschinen in die Strasse legt, muss man auch noch die Werkleitungen verlegen oder flicken, je nachdem. Und dort muss man nachher, werden wahrscheinlich Wurzeln betroffen sein. Also es ist nicht wegen den Fahrleitungen oder nur wegen des Trams, sondern wegen den Wasserleitungen und anderen Leitungen, die auch im Boden sind. Es ist so, dass ein Drittel von diesen Bäumen sowieso müssen ersetzt werden, weil sie krank sind. Das weiss man heute. Und nachher wird man wirklich bei jedem einzelnen Baum schauen, muss jetzt der ersetzt werden, muss der gefällt werden oder nicht. Also wir werden sehr vorsichtig mit dem umgehen. Wenn man jetzt ein Ja in die Urne legen soll, ist natürlich auch die Frage, was bringt die Investition von 264 Millionen? Im Kanton wird es 102 Millionen kosten. Was bringt es den Leuten? Die Agglomeration Bern ist der Wirtschaftsmotor vom ganzen Kanton. Wenn es in dieser Region gut geht, dann geht es dem ganzen Kanton gut, weil hier sehr viele Steuerfranken generiert werden. Für einen Wirtschaftsstandort ist eine gute Verkehrserschliessung zu A und O und genau. Darum braucht es ein Tram. Wenn wir schon bei der Wirtschaftlichkeit sein, der hat auch Stichwort Wirtschaftsmotor gebracht. Wie wirtschaftlich ist das Projekt? Wie sinnvoll ist die Investition? Also das Projekt ist sehr wirtschaftlich. Es bringt zweieinhalbmal so viel wie die Investition. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Innerhalb von welcher Zeit? Oh, das weiss ich nicht. Das ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die man so anstellt, wo man schaut, wie ist die Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also die Investition würde sich unter dem Strich dann lohnen? Ja, die Investition lohnt sich quasi zweieinhalbmal. Alles klar. Barbara Egger-Jenser, danke vielmals. Bitte, ist gerne. Natürlich wird die Abstimmung nicht nur die Stadt-Berner betreffen oder die Ostermundiger betreffen, sondern auch andere. Weil man muss darüber abstimmen und es wird auch den ganzen Kanton kosten. Wir haben hier den Gemeindepräsident von Arwangen, Kurt Bleuenstein. Die Arwangener können doch sagen, es geht mir gar nichts an. Ostermundiger Bern, was geht es mir an? Wieso soll sie trotzdem ja stimmen? Das haben wir natürlich. Und man kann sagen, es geht uns nichts an. Aber gerade bei solchen regionalen Projekten ist natürlich die Solidarität gefragt vom ganzen Kanton. Weil der ganze Kanton muss entscheiden, ob man die Investition machen möchte oder nicht. Und darum ist das wie bei allen Verkehrsprojekten, wie das auch die Umfahrung Arwangen gezeigt hat, ist die Solidarität im ganzen Kanton sehr gross für die Verkehrsprojekte. Und darum bin ich optimistisch, dass die Bernerinnen und Berner auch zum Ostermundiger dran ja sagen. Ist das jetzt einfach ein Dankeschön vom Gemeindepräsident von Arwangen, dass man dann bei der Umfahrung so Solidarität erfahren hat vom Kanton? Dass man jetzt sagt, jetzt geben wir etwas zurück? Nein, ich habe das ja auch sehr nahe miterlebt, die Planung von den Experten, von den Planern des Kantons, wie genau und wie minutiös einige Projekte gemacht werden, geplant werden. Und zwar über Jahre. Über Jahre ist man hier dran und schlussendlich liegt dann ein Projekt auf dem Tisch und man sagt, das ist jetzt eben optimal. Es ist optimal in Bezug auf eine ÖVolz-Berner, es ist optimal von der Wirtschaftlichkeit her und darum bin ich eigentlich überzeugt, dass man diesem Projekt zustimmen kann. Kurt Bläustein, danke vielmals. Am 4. März wird Stimmvolk vom Kanton Bern definitiv darüber abstimmen, ob jetzt das Tram Berno-Ostermundigen Stadt zustande wird kommen. Wie ihr das Ganze seht, könnt ihr uns ja unten in die Kommentare schreiben.